Herzlich willkommen zur Reise mit dem Euronight 491 von Hamburg-Altona nach Wien Hauptbahnhof. Dem neuen Wiener Hauptbahnhof und seiner schönen neuen Autoreisezuganlage. Denn in Österreich bei der ÖBB ist es immer noch beliebt mit Autos auf Zügen zu verreisen. Ganz im Gegensatz zur Deutschen Bahn, die ja mittlerweile alle Autozüge einstellen will und sogar schon die Autos irgendwie auf LKWs nachts transportiert. Eine Schande, was da stattfindet. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Wir verreisen ja wunderbar mit der ÖBB und betreut wird der Nachtzug von New West. Das ist der Nachfolger von so einer europäischen Nachtzugorganisation. Das hat aber ja früher alles mal gut organisiert und richtig stark ausgebaut. Da waren ja Nachtzüge noch beliebt. Heute ist das ja auch fast eine aussterbende Gattung. Aber darauf wollen wir uns das ja abhalten lassen, denn wir haben ja eine schöne Fahrt vor uns. Wir werden ganz viel zu sehen bekommen. Mit bei diesem Nachtzug dabei ist aber noch ein kleines Intercity-Anhängsel. Und zwar der Intercity 60491. Der fährt zwar nur bis Nürnberg, aber der Waggon 5 in diesem Zug ist ein ganz normaler Intercity-Waggon. Da kann man ohne einen Aufpreis für den Nachtzug zu haben mitfahren. Natürlich nur im Sitzen und nicht ganz so bequem, aber es geht auch. In 25 Minuten geht es dann auch schon los und die Mitarbeiter von DB Autozug haben gerade die Verladung der Fahrzeuge abgeschlossen. Es haben sich leider nur so wenig Fahrzeuge zusammengefunden, dass einer der beiden DDM-Wagen voll belegt ist. Unten stehen die Motorräder, oben stehen die Autos. Der zweite Wagen fährt leer nach Wien zurück. Als der Zug ankam heute Morgen, war es aber so, dass da mehr drauf war. Also es lohnt sich schon, diese beiden Wagen mitzuführen. Neben der Strecke Hamburg-Wien betreut die IBB auch noch eine Strecke Düsseldorf-Wien. Auch da kann man mit dem Auto verreisen oder mit einem Motorrad. Man kann aber auch von Berlin nach Wien fahren, fährt dann über Tschechien und über Prag entsprechend. Da gibt es aber anscheinend keinen Autotransport mehr, was schade ist. Aber da in Berlin ja auch die Autoverladeanlage, soweit ich weiß, eingestellt wurde und da mit LKWs operiert wird von der DB, wäre das dann auch kein Wunder. Besonders beliebt ist der Zug natürlich bei Motorradfahrern. Die können so ins schöne Reisezielgebiet fahren, ohne die ganze Zeit auf der Autobahn irgendwie vor sich her juckeln zu müssen. Und die Motorräder werden ganz umsichtig gesichert, damit hier auch ja nichts umfällt oder irgendwie verloren geht auf der Fahrt. Und dann kann man morgens aufstehen, auf sein Motorrad steigen und dann die schönen Kurven unten im Gebirge kreuzen. Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Für die Autofahrer sehen wir hier noch eine Rampe, so eine Gangway. Damit kann man dann entsprechend vom Oberdeck des Autoreisezuges einfach dann unten auf den Bahnsteig kommen und dann zu seinem Waggon hinüberschreiten. Im Zug angekommen sind wir jetzt hier im Schlafwagen. Dort befinden sich oben die Deluxe-Abteile zum größten Teil und im unteren Bereich des Waggons die Eco-Abteile, wobei die Eco-Abteile nur halb so groß sind wie die Deluxe-Abteile. Beim Deluxe-Abteil ist es so, dass man als Grundfahrkarte eine erste Klasse-Karte braucht und den Schlafwagen aufpreis löst. Bei den Eco-Abteilen reicht eine Fahrkarte zweiter Klasse und dann natürlich auch ganz normal den Schlafwagen aufpreis. Jetzt schauen wir uns hier mal das Deluxe-Abteil an. Es gibt ein willkommenes Drink, ein bisschen Fruchtmus sozusagen in so einem Tetra-Pack, noch Wasser, zwei Tüten mit Utensilien. Der Schlafwagenbetreuer war auch schon so freundlich, das Gepäck in der Garderobe zu verstauen. Und auf der linken Seite ist dann noch ein kleines Badezimmer. Man hat also im Deluxe-Abteil wirklich Dusche und WC mit im Abteil dabei. Das hat man in den Eco-Abteilen natürlich nicht, aber dafür zahlt man natürlich auch einen ganz ordentlichen Aufpreis hier für die erste Klasse-Grundfahrkarte. Ja, es gibt ein Waschbecken, eine vollwertige Toilette, einen kleinen Mülleimer und sogar in Nachtreisezügen Toilettenbürsten. Das gibt es ja in Tagreisezügen irgendwie nicht. Warum das diesen Unterschied gibt, das habe ich mich immer schon mal gefragt. Vielleicht, wenn das jemand weiß, kann das ja mal in die Kommentare schreiben. Die Dusche hat natürlich auch eine Thermostat-Regelung, kann man dann warm und kalt duschen. Und das funktioniert auf den Fahrten nach Österreich auch immer relativ zuverlässig. Wenn man mit der DB unterwegs ist und dann im C&L fährt, hat man das manchmal, dass es nur kaltes oder nur heißes Wasser gibt, habe ich beides schon erlebt. Das ist dann nicht so schön. Hinter dem Spiegel verbirgt sich dann noch entsprechend Mundspülwasser zweimal. Das ist einfach nur abgefülltes Wasser und eine Ersatzrolle für die Toilette. Und auf der rechten Seite für die Damen, ganz wichtig, ein Haarföhn zum trocknen der Haare morgens nach der Dusche. Denn es gibt hier keine Brause, das gibt es im C&L. Hier ist das so, dass der Duschkopf oben fest ist. Man kann ihn so ein bisschen ausrichten, aber er ist halt fest montiert, von daher wird man zwangsweise dann auch an den Haaren eigentlich nass. Ja, hier die Garderobe mit Abstellmöglichkeit für zwei Trolleys. Da zwei große Handtücher und zwei Erfrischungstücher sind mit dabei. Und denn hier haben wir eben schon gesehen der Willkommensdrink. Und ganz wichtig zum Ausfüllen die Frühstückskarte. Und der Reisebegleiter, auf dem man dann sehen kann, zu welchen Zeiten man wo vorbeikommt. Hier sind dann zwei Betten. Das obere Bett kann auch hochgeklappt werden, wenn man dieses Abteil alleine bucht. Das kann man also als Single oder als Double buchen. Als Double ist man dann halt so Zweiter drinne und als Single reist man dann alleine, hat dementsprechend dann noch mehr Platz. Hier gibt es dann noch einen Knopf, um den Schlafwagen-Steuer zu rufen. Falls man irgendwie noch abends sich was bestellen möchte, kann man hier noch was bestellen. Einen Speisewagen gibt es in dem Zug nämlich leider nicht. Das heißt, man ist darauf angewiesen, was man sich selber mitgebracht hat oder aber was man vom Schlafwagen-Steuer kauft. Ja, hier die Tür kann man auch noch abschließen. Und das sollte man auch dringend machen, damit einem nachts nichts geklaut wird. Schauen wir uns nochmal das Frühstück hier an. Denn es gibt ein Komponenten-Frühstück. Man kann aus sechs Komponenten wählen oder aber noch weitere Komponenten hinzubestellen. Wobei jede weitere Komponente einen Euro kostet und Kaffee oder andere Heißgetränke werden kostenlos nachgefüllt. Das ist anders als bei der DB. Da bekommt man ja im C&L ein fertiges Frühstück vorgesetzt. In der Economy-Klasse so einen kleinen Pappkarton mit den Visitenkarten großen Brotkrümelchen. Und im Deluxe-Bereich wenigstens ein bisschen was zum Essen. Aber so richtig saft wird man da auch nicht von. Das ist hier besser. Bei den sechs Komponenten bestellt man sich dann einfach noch ein bisschen was dazu. Dann hat man sieben oder acht Komponenten, zahlt zwei Euro Aufpreis und dann kommt man ganz gut davon. Ja, in der Tüte ist für jeden den Reisenden dabei einmal Schlappen, Mini-Bretzeln, ein Erfrischungstuch. Und jetzt hier noch ein kleines Gesichtstuch, wobei das Gesichtstuch halt eingeschweißt ist. Aus Hygienegründen. Und das große Handtuch haben wir ja eben schon auf dem Stuhl gesehen. Dazu gibt es nochmal Trinkwasser. Das ist hier heute mal doppelt vorhanden. Und ganz wichtig, Oropax, dann kann man nachts nämlich auch schön ruhig schlafen. Das kriegt man sonst im Nachts nicht so hin wie in dem Gebläse. Schauen wir nochmal auf den Bahnsteig. Da ist jetzt mittlerweile die Warnanlage angegangen, denn die Oberleitung hat wieder Saft bekommen. Deswegen geht jetzt auch die Klimaanlage im Zug endlich. Das war nämlich eben schon ganz schön warm. Aber wenn die Oberleitung an ist, darf man natürlich nicht mehr oben auf die Autowagons drauf. Deswegen geht das Warnlicht. Da hinten kommt auch schon unser Zugchef. Der hat noch die letzten Papiere von den Autoverladern abgeholt. Und jetzt können wir wahrscheinlich auch gleich losfahren. Hier sehen wir am Anfang des Schlafwagens das Abteil für den Schlafwagenbetreuer. Da bereitet der morgens die Frühstücke mit den Heißgetränken zu oder abends noch kleine Snacks, die man sich bestellen kann, wenn man Hunger hat. Es gibt auch eine Brandmeldeanlage hier in dem Zug. Das habe ich schon öfter mitbekommen, dass nachts dann irgendwie die Brandmeldeanlage angeht, weil irgendwelche notorischen Raucher es nicht gebacken bekommen, weil ein bisschen abzuwarten mit ihrer Zigarette. Und wenn man hier anfängt zu rauchen, die Rauchmelder sind sehr empfindlich, dann gibt das sofort einen Alarm und dann bricht hektische Betriebsamkeit auf den Gängen aus. Und alle anderen Leute gucken komisch, warum das so laut piept in den Abteilen. Ja, unten sehen wir jetzt hier nochmal den Runtergang zu den Economy-Abteilen. Schauen wir uns später auch mal gleich eins an. Und dann geht es oben halt wie gesagt zu den Deluxe-Abteilen. Aber das haben wir uns ja eben schon im Detail angeschaut. Dann schauen wir uns jetzt mal uns der Economy-Abteile an. Denn hier hinten ist eins und das ist ein besonderes Economy-Abteil, denn das kann mit bis zu vier Personen belegt werden. Ausgerüstet ist es jetzt für drei Personen, was natürlich ganz praktisch schon als Familie unterwegs ist. Dann kann man entsprechend alles in einem Abteil unterbringen, hat die Kinder auch unter Kontrolle. Das ist eine schöne Geschichte. So kann man dann auch als Familie schön verreisen, ohne Stress im Auto haben zu müssen. Ja, hier sieht man jetzt die Betten. Auch hier ist es so, dass die halt hochgeklappt werden können, wenn dann noch nur zwei gebraucht werden. Und eben hatten wir ja auch schon gesehen, die Tüten entsprechend mit den Sachen, die man hier als Goodie sozusagen bekommt und den Begrüßungsgetränken. Und hier bekommt man bei der ÖBB sogar als Economy-Gast entsprechend ein alkoholisches Begrüßungsgetränk, was es bei der DB ja nur in der ersten Klasse, also Deluxe-Abteilen gibt. Am Wagenende befinden sich dann noch zwei Toiletten, halt für die Economy-Abteile, die ja keine Toilette im Abteil haben. Duschen gibt es hier bei der ÖBB nicht. Das habe ich bei der DB oft schon gesehen, vor allem in den Comfortline-Zügen, also in den einstöckigen Schlafwagen-Zügen, gibt es dann auch am Ende eine Dusche, wo man sich dann morgens auch als Economy-Gast entsprechend frisch machen kann, was eine ganz gute Gelegenheit ist. Dann schauen wir uns jetzt mal eins der normalen Economy-Abteile an, also der normalen Größe. Wir sind jetzt hier in einem Waggon mit der Kennung WLBMZ. Das ist ein Waggon, der hat nur zweite Klasse-Abteile oben und unten, also nur Economy-Abteile. Wohingegen der andere Waggon-Typ WLABMZ hat ja oben die Deluxe und unten die Economy. Hier haben wir jetzt das Abteil in Tagstellung, das heißt, es gibt eine Sitzgelegenheit und das Bett ist hochgeklappt, beziehungsweise beide Betten sind weggeklappt. Hat natürlich den Vorteil, dass man hier auch sitzen kann, obwohl das Abteil so klein ist, dass es keine separate Sitzecke gibt, wie es sie ja in den Deluxe-Abteilen gibt. Zumindest bei den Doppelstockwagen natürlich. Ja, auch hier gibt es ja das ganz normale Begrüßungsset und das vollwertige Frühstück, auch als Economy-Gast. Das gibt es ja bei der DB nicht, da wird ja zwischen Economy und Deluxe auch unterschieden, nicht nur beim Begrüßungsgetränk, sondern auch beim Frühstück. Ja, und hier in der Ecke ist dann noch ein kleines Waschbecken und das ist wirklich ganz putzig. Das ist als Tagstellung, als Ablage und wenn man sich waschen möchte, kann man entsprechend das aufmachen, kann auch den Wasserhahn sogar noch hochklappen und sich dann entsprechend hier frisch machen, Zähne putzen oder auch den Waschlappen benutzen, um sich zu reinigen. Und weil der WLBMZ der letzte Personenwagen im Zug ist, kann man hier auf die Autowagen DDM schauen und sieht hier die Motorräder im Sonnenuntergang. Das ist doch Bahnromantik. Neben den beiden Doppelstock-Schlafwagen befindet sich heute anscheinend noch ein dritter Schlafwagen mit in der Zugkomposition. Zumindest laut planmäßiger Wagenreihung sollte hier ein Liegewagen anzutreffen sein an dritter Position. Aber es sieht mir doch nach einem Schlafwagen aus. Nicht nur wegen dem Schild vorne am Eingang, Ruhe bitte im Schlafwagen, sondern auch wenn man sich hier mal anschaut, was sich hier im Abteil befindet, ist hier die typische Ausstattung eines Schlafwagens von der Goodie-Tüte über das Begrüßungsgetränk bis zur Frühstückskarte. Alles Sachen, die man im Liegewagen normalerweise nicht erhalten würde. Ja, der Schlafwagen hier ist von einer etwas älteren Bauart, sieht man schon an den Sitzen, die sich hier in Tagstellung befinden. Und während wir jetzt in Hamburg-Damm-Tor einfahren, einem schönen Umsteigebahnhof in Hamburg, wenn ihr mal irgendwie in Hamburg umsteigen müsst und ihr habt Umstieg in Hamburg-Hauptbahnhof, schaut mal, ob beide Züge nicht auch in Damm-Tor halten, weil da gibt es nur zwei Gleise und dann kann man halt ohne rauf und runter laufen zu müssen den Zug wechseln. Ja, auch hier eine kleine Waschgelegenheit, unten das Waschbecken, oben ein Spiegel und hier ist nochmal entsprechend ein kleiner Kleiderschrank. Lassen wir die Schlafwagen hinter uns und kommen zu einer wesentlich preisgünstigeren Reisekategorie, den Liegewagen. Den kann man buchen in Vierer- und Sechserbelegung, entsprechend der in Viererbelegung einen kleinen Ticken teurer. Dafür hat man dann aber auch mehr Platz im Abteil, wenn man halt nicht mit sechs Leuten auf so kleinem Raum zusammengefärscht wird. Auch hier sehen wir eine schöne Tagstellung. Die Liegen sind ja einfach so angeordnet wie eine normale Sitzbank, sodass man hier tagsüber schön sitzen kann. Und hier sieht man dann, dass halt sechs Liegen insgesamt heruntergeklappt werden können. Und anstatt richtiger bezogener Bettdecken gibt es hier halt ganz normale Fließdecken, die dann einfach mit einem kleinen Laken überzogen werden, aber es ist ja keine richtige Bettdecke. Und man zerwühlt das nachts auch immer. Man kann hier aber wenigstens im Abteil die Temperatur einstellen, kann man im Schlafwagenabteil natürlich auch. Die Lautstärke-Einstellung ist meistens überbrückt, ob das jetzt hier so ist, weiß ich nicht. Und man kann natürlich das Licht nachts ausmachen. Und man kann die Tür verschließen, damit man beide Hebel entsprechend betätigt hat. Es gibt hier für jede Liege auch entsprechend ein Leselicht. Man hat natürlich das Problem, dass nachts, wenn man dann schlafen möchte, unter Umständen einer wach bleiben möchte, macht dann noch dieses Leselicht an, denn das ist ja schon relativ hell im Abteil. Also ich halte von diesen Liegewagen nicht so viel zum Verreisen, weil man bekommt halt oft nicht so richtig Schlaf, auch weil Leute mal nicht mal nachts ein- oder aussteigen. Es gibt hier im Abteil dann noch entsprechenden Mülleimer, wobei das an den Aussteigen ist eigentlich vom Buchungssystem geblottet, aber manchmal halten sich Leute nicht dran, buchen einfach ein bisschen länger und steigen dann trotzdem aus und solche Sachen. Da ist man natürlich nicht vorgefeit. Ja, ansonsten gibt es hier keine Möglichkeit zum Frischmachen. Man kann aber hier auf dem Gang entsprechend sich dann rasieren. Auch hier ist dann ein Spiegel mit Steckdose. Im Hamburger Hauptbahnhof hat man nochmal einen kleinen Aufenthalt. Das ist für die Raucher nochmal eine schöne Gelegenheit, kurz zu rauchen. Wir nutzen aber die Gelegenheit, mal am Zug entlang zu laufen und uns von hinten dann wieder vorzuarbeiten. Hier sehen wir den Sitzwagen, der entsprechend auch ein Fahrradabteil mit sich führt, was natürlich ganz praktisch ist, wenn man halt nicht mit einem Motorrad verreist, sondern mit einem kleinen Drahtesel. Das ist dann wahrscheinlich ein Waggon vom Typ BBMVZ. Ja, hier sieht man dann entsprechend sechs Sitzplätze und diese Waggons sind auch meistens stark ausgebucht. Der Aufpreis ist natürlich sehr gering hier. Ich glaube irgendwas bei sieben Euro gegenüber dem normalen Intercity-Waggon-Teil. Dafür sind die Sitze meiner Meinung nach ein bisschen bequemer und lassen sich auch besser zusammenschieben. Aber mit sechs Leuten zusammen in dem kleinen Abteil die ganze Nacht, also an Schlaf könnte ich da nicht denken. Schauen wir mal weiter im Wagen, denn vorne befindet sich noch ein ganz besonderes Abteil, was wir uns auf jeden Fall mal anschauen sollten. Für Reisende mit eingeschränkter Mobilität hat die ÜBB hier ein besonderes Schlafwagenabteil mit im Zug. Im Sitzwagen befindet sich nämlich ein einziges Schlafwagenabteil, das rollstuhlgerecht ausgebaut ist. Es hat ein besonders tief liegendes Bett. Auch die Drehregler zur Einstellung der Temperatur und eine kleine Steckdose befinden sich hier unten auf einer besonders niedrigen Höhe, sodass es dann auch vom Rollstuhl entsprechend alles erreichbar ist. Und es befinden sich natürlich auch in Bodennähe Notruftasten, sodass, falls irgendwie doch mal was passiert, man sich Hilfe rufen kann. Und auch die Tür kann hier per Knopfdruck entsprechend geöffnet werden. Direkt neben dem rollstuhlgerechten Schlafwagenabteil befindet sich hier in diesem Sitzwagen auch noch eine rollstuhlgerechte Nasszelle, entsprechend mit einer Toilette und verstärkten Haltegriffen. Daneben ist noch ein Wickeltisch, das ist natürlich für Familien ganz interessant, die nur im Sitzwagen verreisen und keine eigenen Abteile haben, um entsprechend dann die Kleinen zu versorgen, wenn doch mal ein Bundelwechsel nötig sein sollte. Schön finde ich hier in dieser Nasszelle die relativ moderne Einrichtung. Dieser Sitzwagen ist insgesamt von einer relativ modernen Einrichtung. Der muss irgendwann mal modernisiert worden sein und es gibt hier entsprechend auch einen Föhn, um die Hände zu trocknen, nicht nur Papierkücher. Nachdem wir den Hamburger Hauptbahnhof hinter uns gelassen haben, sehen wir hier noch entsprechend die Spiegelbürogebäude vom Spiegelverlag und hier beginnt dann auch schon das große Baugebiet HafenCity, wo relativ viel neu gebaut wird und auch das Riesenrad ist da hinten schön zu sehen. Ja, die Scheiben hätte die ÖBB mal putzen können, das ist hier nicht so schön, aber der Autofokus braucht nur ein bisschen und dann können wir wieder weiter ausgucken. Und dann kommt auch gleich schon die Elbe vorbei und wir fahren dann über die Elbbrücken während des Sonnenuntergangs gen Süden Richtung Wien. Die vorzügliche Alternative zur Bestellung von Speisen beim Schlafwagenbetreuer, weil es ja eben keinen Speisewagen gibt, ist es sich einfach Speisen mitzubringen und im Altona gibt es ein Vapiano, da kann man sich dann entsprechend für die Fahrt eindecken und jetzt schön speisen. Mit ein paar Minuten Verspätung haben wir Hannover Hauptbahnhof erreicht. Verspätung gibt es noch, wir sind ja noch in Deutschland, in Österreich wird Verspätung einfach abgeschafft und unterdrückt. Und hier sehen wir jetzt noch die Schlafwagenbetreuer, die entsprechend aufpassen, dass die Reisenden die richtigen Waggons besteigen und entsprechend den Leuten den Weg weisen am Bahnsteig. Hat den großen Vorteil, dass nicht Leute mit Fahrrädern, so wie es eben versucht wurde, in den falschen Waggon einsteigen und dann nachts durch den ganzen Zug durchrumpeln, um entsprechend dann den richtigen Waggon zu erreichen. Ja, und der Hoferaner Hauptbahnhof ist auch eine schöne Gelegenheit, sich was zu besorgen, denn hier hat auch nachts noch ein Eiskaffee offen, wenn man im Sommer also noch einen Eisbedarf hat, nachts kann man den hier decken. Jetzt wird es aber auch Zeit, zu Bett zu gehen, damit wir am nächsten Morgen ausgeruht und rinan kommen. Der Schlafwagenbetreuer weckt einen morgens und bringt einem kurz darauf das Frühstück, was man sich am Vorabend bestellt hat. Von daher bleiben einem hier unschöne Überraschungen erspart, sondern man bekommt genau das, was man sich auch bestellt hat und manchmal sogar ein bisschen mehr, wenn der Schlafwagenbetreuer noch was abzugeben oder über hat. Ja, und wenn man sich vom Vorabend was aufbewahrt, kann man den Tag auch mit einem Sekt- oder einem in diesem Fall Sekt-ähnlichen Schaumwein beginnen. Nach dem Frühstück sind wir auch schon in Wien, zumindest in Wien-Meitlingen. Da wollten wir aber nicht hin, von daher warten wir noch kurz. Nächste Haltestelle wäre dann auch schon Wien-Hauptbahnhof. Wien-Hauptbahnhof, der erste Hauptbahnhof Wiens, gerade neu gebaut, 2012 Teil in Betrieb genommen. Volle Betriebnahme ist für Ende 2015 geplant. Schauen wir uns später nochmal an im Detail. Kommen wir erstmal jetzt zu unserer schönen Dokumotive. Das ist eine Siemens Taurus in Österreich, bekannt als Baureihe 1016. Die Deutschen nennen das Ganze Baureihe 182. Hat die Deutsche Bahn nicht so viele von, die Österreicher fahren da voll drauf ab. Da gibt es eine ganze Menge, also sieht man eigentlich fast nur so an Dokumotiven. Danach, das Intercity Anhängsel, hätte ja eigentlich gesperrt sein sollen, dieser Wagen von Typ BWMZ. War aber, wie ich jetzt hier gesehen habe, wohl anscheinend bis heute Morgen noch besetzt. Sind auf jeden Fall Leute ausgestiegen. Danach kommen die beiden Sitzwagen österreichischer Bauart, BMZ, dann der BWMVZ. Das ist ja dieser ganz besondere Wagen, ein Sitzwagen, der noch ein Schlafwagenabteil hat, was behindertengerecht ausgeführt ist. Und natürlich auch die behindertengerechte Nasszelle. Danach werden wir dann gleich mit blauer Lackierung noch sehen. Vier, wenn ich mich jetzt eben nicht verzählt habe, BCMZ. Das sind die Liegewagen. Und die hatten wir uns ja auch alle von innen angesehen. Ihr habt ja eine schöne Übersicht bekommen aller Komfortkategorien, die es jetzt hier in diesem Nachtzug gibt. Angefangen, wie gesagt, vom Sitzwagen über den Liegewagen, Schlafwagen Economy und Schlafwagen Deluxe, beziehungsweise halt auch genannt Schlafwagen 1. Klasse, Schlafwagen 2. Klasse. Ja, hier der Liegewagen jetzt festzuhalten bleibt, dass ich die Fahrt mit dem Euronight 491 extrem gut fand. Also im Vergleich zum CNL ist das hier um Welten besser, was die Österreicher bieten. Angefangen vom viel schöneren Frühstück über auch gutes Frühstück in der Economy-Schlafwagen-Kategorie, über Willkommensdrink, diese kleinen Tütchen mit Schlappen dabei in einem eingeschweißten Handtuch aus Hygienegründen. Also das ist wirklich eine ganz famose Geschichte. Da hat mich jetzt hier die österreichische Bahn oder ÖBB, österreichische Bundesbahn, sehr positiv überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass man so schön im deutschsprachigen Raum noch Nachtzug fahren kann. Für alle Nachtzugfans auf jeden Fall meine absolute Empfehlung. Ja, danach kommen dann noch die Schlafwagen, der einstöckige Alte, die beiden doppelstöckigen Schlafwagen und dann die Autoreisezugwagen. Bahnsteig 9, Euroleit 491 nach Wien, Hauptbahnhof, Autoreisezug fährt ab. Attention please, Euroleit 491, Wien, Hauptbahnhof, Autoreisezug, sie lieben von Plattform 1. Da fährt er nun dahinter schon der Zug und ich trauere ihm ein bisschen mit Demut nach. Aber man soll nicht verzagen, in ein paar Tagen geht es mit dem Euroleit 490 zurück von Wien nach Hamburg für mich. Da freue ich mich schon drauf wie ein kleiner Schneekönig.